Willkommen zurück bei Skyrim. Ja, wir sind unterwegs auf Plötze. Nein, keine Ahnung, das Pferd hat noch keinen Namen. Aber als erstes wollte ich einen Blick auf die Karte werfen. Irgendwie sind... Unsere Quests... Unsere Quests sind irgendwie immer noch nicht da. Naja, egal. Wir sind auf dem Weg. Ja, frage ich... Hier hin. Wir wollen mit den Graubärten sprechen. Aber ich weiß... Gehen wir so rum, oder was? Ja. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, ne? Dann machen wir das. Na ja, das mache ich jetzt nicht. Da habe ich keine Lust, weil da komme ich irgendwie nicht rein. Alles klar. Also das Pferd haben wir letztes Mal einfach geklaut, ne? Dumme Frage, aber wie geht man denn jetzt eigentlich? Ah, mit E. Oh, Emi heißt es. Es heißt Emi... Ne, Empfie. So, was jetzt mit dem? Ja, okay. Man muss gegen ihn kämpfen. Oh nein. Weg da, weg da, weg da, weg da. Okay, ich sage da jetzt nichts zu. So, eine Karte. Okay, das hat alles geklappt. Ne, ich möchte auf Empfie weiterreiten. Der Riese ist ja jetzt anscheinend weg. Wir folgen jetzt einfach mal den Weg und gucken, wo wir da lang kommen. Das eigentliche Ziel ist ja diese Graubärte. Oh, ein Wasserfall. Das ist ja... Oh Mann, ich kann nicht reiten. Irgendwie... Lenkt sich ein Pferd ein bisschen anders? Auch hier können wir sprinten. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Naja, eigentlich sollte ich doch eher in die Richtung, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie soll man denn da hin? Über Helgen, oder was? Ja, okay, wir gehen einfach nach Helgen. Jetzt ist zwar, glaube ich, das Pferd weg. Aber wer weiß. Ah ne, das haben wir mitgenommen. Ey, ich will da rein! Oh, jetzt ist ja Helgen ganz schön zerstört. Okay, ich hätte... Ey! So, schnell Heilung. Und wegrennen. Und wenn ich geheilt bin, nehme ich wieder mein Schwert. Aber vielleicht... Ey, wo ist denn... Ja, das möchte ich. Das möchte ich. Und das, weil das kann ich verkaufen. Also, es war sowas von praktisch, dass wir uns Heilzauber ausgestattet haben. Also, wirklich. Ey, wie viele kommen denn da? Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Hallo? Ich hatte euch... Einfach abhauen. Oh cool, ich habe eine neue Stufe. Also, keine Ahnung, wie ich die Kämpfe in Skyrim finde. Oha, das... Oha! Mit dem Pferd zusammen. Oha! 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 Ja, ich werde das alles verkaufen später. Ich versuche, wertvolle Sachen mitzunehmen, wo ich Geld machen kann. Ach, ich kann... Ach, ich muss meine Traglast wieder neu machen. Was ist das denn für eine Verarsche? Ähm... So. Wie ging das nochmal? Ähm, ich muss mal eben gucken. Geht sofort weiter. Player... Setup. Muss ich das jetzt jedes Mal machen, oder was? Ich brauche echt ein Haus. Setup. Carry rate. Ja. Hat funktioniert. Oh nein, da sind noch mehr. Ach, so kann ich das machen. Zum Beispiel das. Jetzt kann ich sagen, auf Karte anzeigen. Hm, keine Ahnung. Ähm, ich wollte die Umgebungskarte. Ja, keine Ahnung, was ich eigentlich hier mache. Hey, ich brauche mein Pferd, hallo. Ja, ich hatte ja gehofft, von hier irgendwie weiterreisen zu können. Hätte ich, glaube ich, hier rumgemusst. Und hier lang. Oh, das sieht ja schon mal gruselig aus mit den Leuten hier. So, bevor wir vergessen, vergessen zu speichern. Und los geht's. Ich weiß nicht, ob das hier... Ne, das war... Hier waren wir nicht am Anfang. Mal gucken, was sonst noch... Oh, eine Katze. Oder was ist das? So, wir folgen einfach diesem Weg. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ja, ich hoffe, man kann dann hier durch das Gebirge durchgehen, ne? Sonst wäre ja ein bisschen doof. Sonst müssen wir vielleicht was anderes machen. Aber aktuell sieht es aus wie ein Weg. Rennen doch mal schneller so. Ah, wir könnten auch gleich den Stufenaufstieg machen. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme. Kann man hier hoch? Oh. Ja, ich glaube, wir machen erst den Stufenaufstieg. Ausdauer habe ich. Äh, Gesundheit. Mach noch einmal Gesundheit. Nächstes Mal wieder Magiker. Und ich möchte... Mal überlegen, was ich hier besser machen muss. Enchanting. Smything. Heavy Armour. Ne, ich benutze ja keine anderen Armours. Ja, Blocking kann man auch mal steigern. Okay. So, warte mal bitte hier auf mich. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ja, sorry. Es sind also einfach nur Banditen hier. Wieso kämpfe ich auch immer gegen zwei gleichzeitig? So, One-Handed werde ich auch nochmal steigern. Hä, was macht der denn da? Okay. Auch schicker Bogen. Ja, wir können ja jetzt so viel mitnehmen, wie wir wollen, ne? So, da ist die andere Frau. Und ich denke mal, jetzt kann ich die auch ausrauben. Und ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal, ich brauche auch keine Kartoffeln. Oh, verkohltes G war lecker. Äh, ja, das war nicht der Plan. So, was ist jetzt hier los? Also hier komme ich anscheinend nicht weiter. Oder kommt man hier weiter? Hallo? Toll, jetzt hängt sie hier in der Luft. Was soll ich denn jetzt machen? Aber fliegen oder so kann man noch nicht. Ja, ähm. Ja, ich würde ja hier sagen, ist der Weg. Also. Ich glaube, wir gehen mal wieder da lang und gehen da einen anderen Weg. Oh, zum Glück ist mein Pferd mitgekommen. So. Muss ich mal gucken. Ich möchte links von mir. Also ich würde gerne hier lang gehen. Wenn das ein Weg ist. Sieht das aus wie ein Weg? Irgendwie habe ich Angst, dass ich diesen Weg schon mal gegangen bin. Ja, bin ich auch. Oder wir gehen halt doch wieder nach Weißlauf und machen da weiter. Ja. Irgendwie muss ich dann mal gucken. Wenn ich da nicht weiterkomme, muss ich das recherchieren. Aber ich werde hier noch mehr erkunden, einfach. Drunken Huntsman ist das. So, ich will die Markierung loswerden. So. Da muss ich hin. Liefere Beweise. Okay. Ach, Leute. Wie oft ich die Karte aufrufe. Also hier rüber und dann links. Hello, sorry, sorry. Irgendwie ist es jetzt das erste Mal, dass es hier regnet, oder? Oh, links davon. Ja, doch. Hier runter. Ach, hier kommt man wieder nach Skyrim, ne? Och, Mann. Also ich gehe jetzt hier hoch und dann rechts. So, und jetzt rechts. Das Haus hier, oder? Nee, aber kann ich da rein? Ah, da war ich noch nicht. Da lernen wir da jetzt was kennen. Okay. Die Gildegrein, die Gildegrein, outside, war plantet als ein Seedling in den Early Years of Whiterum. Disciples of Kinnareth could sense something holy in it, und traveled far to hear the winds of the goddess in its branches. Of course, not as many pilgrims these days. A big dead tree isn't very inspiring if you're coming to worship the divine of wind and rains. Kinnareth gives life, and we need a living tree to be her symbol. I've thought about that. Trees like this never really die. They only slumber. I think if we had some of the sap from the parent tree, we could wake up its child. But even if you could get to the Eldriglein, you couldn't tap it. Not with any normal metal. If you want to help, you'll need something to cut into it first. You'll have to deal with the Hagravens. I've heard about the weapon they've made for sacrificing spriggans. It's called Nettlebane. The hags terrify me, or I would have gone after it myself. Wo ist denn jetzt die Welt, Kata? Ich will unbedingt... Ach, mich nervt das, dass man nicht mehr sieht, wo die ganzen Quests sind. Nesselfluch in meinen Besitz bringen. Ja, und wo mache ich die Quest? Oh, nee, sorry, Leute. Ich möchte das jetzt hier bei den Einstellungen. Okay, hier kann man es nicht einstellen. Anzeige. Fadenkreuz, sonstige Untertitel. Keine Ahnung, das habe ich jetzt einfach so gemacht. Na, Audio wird es ja nicht sein. Steuerung. Aktivieren. Ja, okay, aber das ist ja nicht, was ich brauche. Steuerung. Hilfe. Karte oder so, ne? K. Knochenkrank. Quests vielleicht. Weltkarte. Weltkarte. Ja, Questziele soll die mir zeigen, ne? Warum macht sie das nicht mehr? Oh, mit dem kann man gerade nicht reden, er ist tot. No. Ach, ich kann nicht in einem fremden Bett schlafen. Ja, okay. 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 Okay, ich muss Beweise liefern, ich muss Nesselfluch in den Besitz bringen, ich muss den Graubärten reden. Okay, es wird mir anscheinend doch wieder angezeigt. Irgendwas muss ich doch machen, um hier reinzukommen. Ey, sie sind da, oh mein Gott, endlich. Hallo. Uff, nicht wahr? Okay. Keine Ahnung, warum ich das mache. Aber ehrlich gesagt möchte ich korrekt sein und niemanden unnötig töten oder so. Ich versuche mal mit Leuten zu reden, um irgendwie an eine Quest zu kommen oder so. Oh, schade. Nein, ich will doch einfach nur hier raus. Ja, komm, ich... Na, bevor wir das jetzt machen... ...speichern wir. Jetzt schließen wir es auf und ich hoffe nicht, dass wir jetzt... Ich hoffe nicht, dass wir jetzt Ärger kriegen. Ich meine, wir sind einfach nur rausgegangen. So, wir gehen da hin. Beißen, Fels, Bringel, Nesselfluch... ...sprich mit dem... Oh, ich habe echt noch viel zu tun. Egal. Jetzt gehen wir erstmal zu einem Händler. Und ich weiß mal wieder den Weg nicht. Und das war die falsche Taste. Ah, hier, okay. Also muss ich da lang und dann da runter, okay. So, wahrscheinlich hat der jetzt zu und ich muss erstmal ein bisschen warten. Okay, er ist wohl abends auch noch da. Ja, okay. Also ich wollte jetzt nicht wirklich Alchemie studieren. Dann könnte das hier der Verkauf sein. Okay, wir warten. So, 7 Uhr morgens. Vielleicht hat er da ja schon wieder auf. Nee. Warten wir noch. Ich wollte nur ne Stunde warten. Jetzt habe ich zwei gewartet. Hä, wann mach... Ah, jetzt hat er aufgemacht, okay. Hallo. Ja, interessiert mich nicht. So, erstmal könnte ich irgendwas gebrauchen. Sahneschnülle brauche ich immer noch und Milch. Mhm. Und Milchkug. Nee, dann verkaufe ich jetzt. Ich verkaufe... Ich verkaufe... Axt von Weißlauf. Streitkolben. Zwei Stück. Glück. Der ist besser, ne? Dann mache ich den bei... Verkaufe ich den Jagdbogen. Und den, den Kaiserlichen behalte ich. Beschlagene Rüstung brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ähm... Ja, ich glaube, das war es erstmal. Aber... Ja, I will come back, so... Den möchte ich jetzt bei Favorit... Ne, den behalte ich nicht. Doch, den habe ich als Favorit. Mache ich den auch mal noch. Hm. Okay, weiter geht's. Aber was ist jetzt der Plan? Was mache ich jetzt? Ähm... Ja, dann mache ich irgendwas davon. Äh, wie viel Gold habe ich denn jetzt? Ich kann mir leider immer noch kein Haus kaufen. Ich will mir für 5.000 hier ein Haus kaufen. Mädie, kannst du eine Koffe geben? Hm? Oh, danke! Die Divine! Bless dein Kindes Herz! Das ist... Das ist was Brenna Wen sagte, er soll. Er ist der einzige, der mir so lieb ist seit... ... seit Mama... ... seit sie stirbte. Ähm... Ne, jetzt kann ich noch keine adoptieren. Weil ich... Oh, das tut mir so leid. Ich will am liebsten... ... alle adoptieren. Aber ich kann nicht alle adoptieren. Und ich will jetzt die Plätze, die ich von denen, die ich adoptieren kann, jetzt nicht schon voll machen. Wie komme ich eigentlich jetzt an mein Pferd, frage ich mich. Oh, shit. So. Ich möchte... ... jetzt eine Quest machen. Aber ich weiß noch nicht welche. Am besten gehe ich erst mal hier raus. Ach, bei den Stellen wartet dann immer ein Pferd. Okay, das ist ja praktisch. Ist das Empfi? Ja, Empfi! Weißlauf. Ich möchte aber... Was meint er? Was sollen wir machen? Das ist halt voll weit weg irgendwie. Bei den Grauwerten könnte ich mir jetzt überlegen... Wenn wir hier am Wasser die ganze Zeit rumgehen, kommen wir da hin. Und wir gehen... Ich glaube, da möchte ich hingehen. Dann gucke ich, dass ich von Flusswald ausgehe. Ja. Das machen wir als erstes, weil das ist am nächsten. Oh nein! Entschuldigung. Habe ich einmal ein Pferd? Trample ich schon alles nieder. Geht ja gar nicht. Okay, wrong direction. Okay, vielleicht sollte man in der Stadt nicht so schnell... Okay, hier könnte ich zunächst auch mal wieder mit den Menschen reden. Aber nicht jetzt. Ja, oder doch? Ich gehe nach Helgen. Versuche von da da irgendwie hinzugehen. Ich denke mal, in die Richtung muss ich, wie ich jetzt meinen Pfeil... Nee, ich muss... Hier lang? Oh, Hilfe! Ja, das ist die richtige Richtung. Dann machen wir das doch jetzt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt gleich ein Bär auf mich zu. Da ist so eine Tatze. Also, ich habe jetzt ein bisschen Angst, was passiert. Ja, perfekt. Wo ist denn das Schild eigentlich? Ach, das sieht man da nicht. Der Hase läuft ja komisch. Ich weiß nicht, hier war ich glaube ich auch noch nicht, oder? Mhm. Hier sind schon die ersten Menschen. Okay. Okay. Ist das hier richtig? Nein. Ich muss noch weiter nach links. Ich komme immer näher. Lager der Sturmmäntel. Nein, ich wollte eigentlich absteigen. Dann rede ich doch erstmal mit denen. Okay, äh... Irgendwas muss ich kaufen. Ähm... Aber nichts davon. Nee. Benutze Werkbank. Korundbarren. Ja, ich will den verbessern, so. Jetzt muss ich wieder mit ihm reden. Ich will doch einen Korundbarren. Ich will einen Korundbarren. Ach, ich kann Minus geholt haben? Ich muss mal gucken, ob ich mir auch Geld machen kann. Aber nein, ich will auch ein bisschen nicht alles schicken. Okay, cool. Der ist jetzt verbessert worden. Blutige Lumpen, hab ich keine Lust drauf. Hallo. Äh... Ich will nicht den Sturmmänteln. Ich will nicht den Sturmmänteln. Okay, das ist nur ne Nebenquest. Okay, also denen geht's schon mal nicht so gut. Das sieht echt aus wie... Sieht echt aus wie... Die sehen aus wie so ein Fellpantoffel, finde ich. So, ich überleg, ob das ein cooles Thumbnail ist. Ne, ich brauche mal ein cooles. Aber... Oh, guck mal. Jetzt sind hier wieder tausend Quests, oder was? So, das sieht doch gut aus. Ne, ganz ehrlich. Ich blick da auch nicht mehr durch. Wenn ich jetzt auf die Karte gehe... Ja, jetzt sind die wieder da. Überzeuge Braid davon. Von Lars sind Fiends, oder... Das könnte ich machen. Aber erstmal mache ich das. Und wenn ich das habe, mache ich ne andere Quest. Also, ich verstehe das manchmal nicht, ehrlich gesagt. So... Ich denke, ich muss hier lang. Mein Pferd lasse ich erstmal da. Ja, links von mir müsste das sein, oder? Vielleicht muss ich da doch erstmal runter. Ich habe aber Angst runterzufallen. Also, ich... Was ist denn Nesselfluch? Ist das... Irgendwas zum Kämpfen? Ja, doch, hier ist der Weg. Denke ich. Und jetzt sehe ich so Ness. Was? Doch, anscheinend hier... Ach, das ist der Baum, oder was? Nein, es ist einfach nur ein Baum. Ach, ich muss gegen so ne Hexe. Wohl, das ging aber schnell. Ach du Scheiße. Ja, die eine verkühlt mich, die andere verbrennt mich. Zum Glück bin ich auch ne Hexe. Zum Glück bin ich auch ne Hexe. Ey. Oh nein, ich wurde elektrisiert und geburned. Habe ich länger nicht gespeichert? Ach, ich bin auch so hohl, ne? Ja. Also, das Ganze nochmal. Cool. Dann verbessern wir erstmal nochmal unseren Schild. Und dann speichern wir, bevor wir zu den Hexen gehen. Das sieht für mich irgendwie schon wieder nicht nach nem Weg aus. Ja, ist ein anderer Weg, als ich vorhin gegangen bin. Ich glaube, für das Pferd ist das auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Hm, jetzt kriegt das aber hin. Kann es eigentlich springen? Hallo. Ja, sorry, Pferd. Es tut mir ein... Es ist auch komplett falsch. Okay, jetzt darfst du runterrutschen. Ahhhh. Wir werden sowas von sterben. Ach du Scheiße. Okay. Aber ganz ehrlich, vielleicht war das jetzt gar nicht so schlecht. Dann kann ich nämlich direkt den richtigen Weg laufen. So, ich laufe jetzt direkt den richtigen Weg. Und folge einfach dem Weg. Und folge einfach dem Weg. Nein, das ist schon wieder der falsche Weg. Nein, das ist schon wieder der falsche Weg. Ja, Entschuldigung, Pferd. Ja, Entschuldigung, Pferd. Ich weiß, es ist nicht lustig. Anscheinend sollte man einfach auf Straßen bleiben. Aber warum mache ich das nicht, weil ich dumm bin? Ach, Mann. Warum bin ich auch so dumm und speichern nicht? So, und hier wieder mit einem Pferd drauf zu reiten, ist ja auch wieder ziemlich dumm. Oh nein. So, wir brauchen meinen Dragon Slayer Bow. Jetzt holen wir uns noch neue Pfeile. Zwar brauchen wir Amos. 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 So, jetzt brauchen wir Mods. Und wir haben ganz unten. Alle, da muss ich sagen. Wollen ja mal nicht geizen. So. System. Natürlich kann ich jetzt auch nicht speichern oder was. Was? Ah, guck mal. Ich hab die gefunden. Kann ich jetzt speichern? Okay, dann besiegen wir hier halt erst einen Drachen. Wer ist der Dragon? Ich seh den Dragon nicht. Oh, hinter dem Baum. So. Was ist das? So, speichern. So, erstmal den Monster Wogen wieder wegmachen. Ja, he's dead. Ähm, ja, ich hab ja genug... Schon wieder muss ich meine Traglast neu machen. Och, das nervt aber, wenn man das jedes Mal machen muss. Naja, Eimann hat das gemerkt. So, ich möchte einen Korund barren. Aber nur einen. Da haben Seele aufgenommen. Okay. Mit dem hier wollte ich noch reden. Hallo! Oh! Adios. I don't even know what to say. At first they called us that to belittle our cause. But we gladly accept being named for Ulfwick Stormcloak. The only true high king of Skyrim. We are the true sons and daughters of Skyrim. And Ulfric. He is the truest of us all. Ich weiß halt nicht, wen ich beitreten soll. Ja, okay, aber dass sie jetzt die Elfen befreien wollen, finde ich zum Beispiel nicht so gut. So, eine Sache mache ich jetzt noch. Ich verbessere jetzt noch meine Rüstung, äh, mein Schild. Und dann, äh, war es das für den Part. Tja, hallo. Oh, da ist ja noch ein Pferd. Aber das will ich jetzt nicht klauen. Ähm, wo ist denn die Werkbank? Ach, hier. So. Herstellen. Okay, kann ich jetzt noch irgendwas schleifen? Ja, herstellen. Ebenerzbarren. Äh, wo ist denn der Quartiermeister? Vielleicht hat er ja auch eben Erzbarren. Äh, nee, hat er nicht. Okay. Done! War's das? Ich speichere nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. war's. Wie groß ist denn der Quartier,